Ja, moin moin und willkommen zur letzten Folge von Master Chief. Zur vorletzten Folge von Halo 2 mit James und mir. Hallo. Hallo bei den Muttersgastern. Tudu. Let's go. Your pal. Where's he going? Earth, you finish what we started. And this time, none of you will be left behind it. That structure in the center of the city, it's a forerunner ship. And Truth is heading straight for it. If he leads the Covenant fleet to Earth, they won't stand a chance. You have to stop him. That brood has the Index. And Miranda and Johnson. He can activate the ring. If he does, I'll detonate in Amberclad's reactor just like we did the Autums. The blast will destroy this city and the ring. It's not a very original plan, but we know it'll work. No, I don't want a chance of remote detonation. I need to stay here. Ja, moin. Da sind sie ja wieder. Da sind sie ja wieder. Der Parasit ist da. So. Apropos James. Ich wollte zoomen. Ich habe ein Video gesehen zu den schwersten Halo-Levels der jeweiligen Teile. Da muss ich lachen, weil die schwersten Level sind wirklich Grave Mind und Bedauern. Also erst für ihn ist Grave Mind das schwerste gewesen. Wie heißt unser Level gerade? High Charity. Das ist jetzt. Nee, Grave Mind war das, wo wir fast zwei Stunden gebraucht haben. Ach, dieses einfache Level. Das einfache Level, ja. Wo nur der Anfang schwer ist. Was? Aber der hat mit nichts geschlagen, der Spinner. Was ist das denn? Ey, diese... Kack. Diese Pumpkan ist so... Ach, das wird es um einiges besser. Der war gar nicht tot. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das hat er mir auch im Video gesagt. Fuck, Halo 2 ist einfach so viel schwerer als jeder Halo-Teil. Warte, ich spiele gerade hier ein bisschen Sound. So, ich habe nicht kaum verstanden, sag doch mal was. Ich habe gesagt, Halo 2 ist einfach das schwerste Halo-Spiel. Ja. Was ist eigentlich für ein Pickel, der oben auf dem Schiff? Ist ja lustig, der oben. Hallo? Du kannst abschießen, so. Meinst du das, weil ich gerade abgeschossen habe? Ja, aber jetzt verlippt er ja alle wieder. So gut, mehr Kills. Scheiße, der war voll dumm von mir. Warum stand der gerade so dumm rum? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, der wusste nicht, ob er jetzt Gegner war oder Freund. Hello, my friend. I'm friend. Können wir das Schiff einsteigen und mal wegfliegen? Hallo? Ja, lass mal machen, ich wollte gerade sprinten, das geht ja gar nicht. Nee. So, komm ich jetzt hier rein? Schade eigentlich. Ach, was kommt? Wir haben sich einfach beendet. Wir haben ja komplette Musik geändert, ne? Ja, die haben halt komplett das Sounddesign überarbeitet. Auch von den Waffen? Ja. Auch von den Waffen. Was? Nein, das ist ja... Das ist ja Wut, ey. Ja, das ist ja Wut und keine... Ich hab mich schriegen halt richtig erschrocken. Schon wieder dieses Geräusch. Dieses Geräusch, ja. Du musst... Hast du die Videos schon mal angeguckt, die alten? Nee. Ja, guck dir doch jetzt mal an, damit du mir mal sagen kannst, ob du das Geräusch hörst. Ja, das muss ja in meiner Aufnahme sein. Ja, aber vielleicht hörst du das ja auch, aber ich hör's ja nicht. Also vielleicht ist es ja bei mir auch und ich krieg's nur nicht mit. Aber das ist so ultra leise, dieses Geräusch. Soll ich mir Plasma-Granate werfen? Jetzt ja nicht. Übrigens hat er in dem Video hat er das auch ge... Der hatte in dem Video mit den schwersten Levels genau diese Passage mit den Plasma-Granaten, ne? Ja, man kann sich so ein Permodeft da reinpacken, den man zufrieden Plasma-Granate wirft. Und dachtest du, ja, ja. Wo sind die Japs denn mitnehmen, dann passt das schon. Ja. Bauer werden... Kein Feind hat jemals. Schon wieder dieses Geräusch, ey. Das verfolgt mich, Marc. Dieses Klick, 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 oder was? Ne, ne, dieses Geräusch, das ich mal höre. Es ist so ein Klick, 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 Klick. Ne, ne, das ist so ein Musikinstrument spielen. Ich würde mich schützt bei mir an, es wird so ein Glas umfallen, du stirbst auf jeden Fall. Ja, ich merke es gerade. Ja, so war ich habe fast, ich habe sehr viel erwischt. Was machen die denn da, ey? Ich habe ja schon überlebt, ne? Ja, das war sehr gut. Oh, hier kann man gar nicht lang. Und ich sterbe, ey. Das gibt es nicht, ey. Ach, scheiße, du bist gestorben. Du bist denn gestorben? Ja, von den Flugviechern hier. Echt? Okay. Die kamen von rechts. Und haben mich weggeballert. Kämpfen die gegeneinander. Ja, ja. Ich habe es dir gut, stimmt. Das ist doch kein Blut, das sind Drohnen, aber trotzdem, ja. Ne, links nur noch, da war doch. Das ist doch ein Blut, der da kämpft. Ah, das ist auch ein Blut, den habe ich vielleicht gesehen, ich habe nur die Flugviecher gesehen. Ja, deswegen, der kämpft gegen den Platz. Und rechts wieder, weg hier. Mein Gott, da komme ja nicht. Teuerich viele. Aber die interessieren das gar nicht für dich. Ja, ja, gut, das ist eben nicht. Eben sind sie mich direkt zu mir gekommen. Alter, Marc. Alter, ich habe es geschafft. Ja, ich habe es gesehen. So. Geh mal rüber, ne? Geh mal rüber, ne? Ich wollte mal gucken, was es hier gibt. Da ist nichts, da ist eine beschlossene Tür. Achso. Hier ist ein DMR, wenn du willst. DMR. Aber ich weiß nicht, wie viel Munition. Ja, im Karabiner habe ich mehr. Oder kommen Feinde, glaube ich. Wir haben auch einen Treipunkt. Let's go. Da kommen Gegner, rechts. Ja, und was ist, wenn wir einfach links abhauen? Oh, da stimmt. Oh. Wir sind schon wieder tot. Ja. Da kamen auf einmal ein paar Gegner. Von was, was war denn? Drohnen wieder, oder was? Ja, drei Drohnen kamen da. Achso, ja, komm, dann lass uns die Drohne jetzt mal wegschießen. Ich bin... Nein, das ist unfair. Mark, ich war am rübersliden und bin gestorben da. Mark, ich bin durch die Welt gebackt. Haha. Ey, das kannst du nicht sehen. Das ist doch scheiße. Hahaha. Ich war auf diesen Ding drauf, wie du, und bin runtergefallen. Bin runtergebackt. Was ist das denn jetzt gewesen? Das muss ich komplett verarschen. Ja. Nö. Hahaha. Ey. Öh. Ja. Er ist einfach überlebt. Alter, guck mal, aber auf die Gegner war alles da. Auf die Gegner eigentlich, aber irgendwie haben die den Passvergabend einfach überlebt. Alter, mach mal auf alte Grafik, mach, du siehst gar nichts. Haha. Wie dunkel, ey. Alter. Du musst das schon einfach anmachen. Achso, ja, stimmt doch. Ja, siehst du trotzdem nichts in der alten Grafik. Das ist halt Horror. Es ist, muss man halt sagen, es ist halt ein anderer Flair. Ich finde es schon, ich finde es schon creepy, ey. Okay. Die haben uns doch voll ignoriert, Mann. Wo tötest du denen? Alter, ich bin überlebt. Oh mein Gott. Oh. Äh. Äh, ich muss hier weg. Wie viele hier schon wieder sind, ey? Junge. Was ist auch... Ach, da ist doch das Schwert. Geht doch. Doch, die Granate hat gesessen. Ja, also es war immer noch einer da, aber der zweite kommt auch noch. So. Aber vielleicht hast du den dritten erwischt. Fast alle guten Dinge sind fünf, äh, drei. Genau. Du hast es erfasst. Du hast es alles gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, kennst du das Level und sowas eigentlich noch mal? Nein, nein, nein. Gar nicht mehr, ey. Ich habe das ja einmal durchgespült und das war es. Also es ist auch 20 Jahre her gefühlt, ey. Geht da unsere Feinde? Vorsicht. Ja, ja. Oh mein Gott. Das war so dumm von mir. Ich weiß nicht, was du hinten für eine Show veranstaltest hier. Ja, ich wäre fast gestorben. Ja. Ich weiß nicht, was ich bisher war. Ich gucke es mal kurz. Ich weiß nicht, was ich hier? Ich weiß nicht, was ich hier fahre. Boah, du Barzooka. Woher? Alter. Okay. Gut, okay. Wo ist der Basuka-Typ? Ist der tot? Weiß ich nicht. Ich muss mir neue Waffe holen. Da ist er! Ich hab ihn erwischt. Er ist tot. Alter, ich... Also das ist ja schon fast ein Gruselspiel hier für mich. Haha! Ja, mit dem Schwert geht das alles. Apropos Gruselspiele. Ich hab jetzt mit Normen ja die ganze Zeit Gears of War gezockt. Und hab wirklich in 3 Sessions den ersten Teil auf Insane durchgespielt. Ist das ein Gruselspiel? Nein, aber du hast es damals als Gruselsspiel betitelt und hast gesagt, du kannst es nicht spielen, weil es zu gruselig ist. Wobei ich aber den ersten Teil mit Basti gezockt hab. Ich weiß, nachdem du ihn bei mir abgebrochen hast. Ja, ne? Ja, da kommen wieder Flugfecher, die kämpfen erstmal. Ja. Ich hab Bock, die erstmal kämpfen zu lassen, oder? Ja, das ist auch gar nicht so verkehrt, finde ich, die kämpfen zu lassen. Halt diese Stimme in meinen Trommeln. Ja. Vorsicht, Nidler! Ich hab leider keine Distanzwaffe. Ich hab nur... Ja, doch, Distanz schon, aber den Rocket Launcher halt. Kann ich einfach mal drauf halten. Mal gucken, was passiert. Oh, sein Leben geschossen. Ha, 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 ha! Hintet ihr, ist los, Sparer! Hintet ihr, ist los, Sparer! Alter, ich hab... Ich hab mich schon bei dem Geräusch gedacht, was ist das für ein Geräusch gewesen? Das hat so WOW gemacht. Ja, dann war's zu spät. Ich bin einfach dem vorbeigelaufen. Mann, ey. Ich renn einfach mal durch. Ja, heute glaub ich bin durchgekommen. Ja, ich bin tot. Schade. Dann folg mir direkt. Das ist ganz einfach. Ja, ja, ich bin... Ja, ja, ich mach das jetzt. Ich wollt grad sagen, ich könnt's ja unsichtbar machen, aber... Ja, einfach hier durch. Nicht lang schnacken, einfach weglaufen. We exist. Gather now. Tschüss. Okay, wieder da. Ach so. Ich hab einfach X gedrückt und... Ey, ich hab's gar nicht. Ich hab grad... Einmal hoch, einmal runter. ... ja. G noch... Zähn, immer noch... Der Mastif sieht mit dem Schwert aus, als würde er gleich im DJ Pool stehen. Scratching! Scratching! Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Aber hier müssen wir, glaub ich, kämpfen. ą wechseln haben. Ach so. ja für einen grunt die bazooka ich hab keine andere waffe was soll ich machen alter ich bin tot ich hab mich mega erschrocken ich hab mich einfach nur erschrocken gerade kann ich einfach durchlaufen da vorne stehen ganz viele bluts erkenne ich die nicht mit dem rocket launcher kling irgendwo ist den gegner den ich nicht sehe oh ne einfach flatt ja hab ich geschafft ich bin tot ich bin so dumm ich muss aufpassen da kommen mir die ganze zeit von rechts nicht platzen darauf habe ich nicht geachtet klingelt 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 schwer will ich sterben klingelt 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 Der geht nicht auf die Tür, die ist ja kacke Die ist auf die Wand Oh mein Gott Oh Gott, oh Gott, da kamen gerade so viele Gegner Ja, Terminal gefunden Ja So, hier ist der Lift Tschüss Was, warum stand da gerade Eisen? Was habe ich jetzt gekriegt? Hast du da voll gekriegt? Channel Trigger Halo 2 Eisen Ich habe einfach irgendwo einen Channel gefunden Ich habe aus Versehen genommen, bevor ich teleportiert wurde Ich wurde gerade teleportiert, aber ich habe nichts zu drücken Guck mich an Hast du den genommen? Ja, natürlich habe ich den genommen Aber bei mir stand X Schädel nehmen, Eisen Ja, da habe ich, da habe ich genommen Den Schädel Warum schade das dann bei mir? Ja, weil das für uns beide da stand wahrscheinlich Ach so, weil da stand X für Schädel nehmen So, dann geht er rein Und guckt einfach nach oben Und guckt nach oben und halt X gedrückt So, aber jetzt wirft den Schädel am besten weg Weil jetzt kommt, was ihr gesehen Die Gegner haben uns weg gesehen Ist schon weg, der Schadel Schadel Der Schadel Was ist denn jetzt? Jetzt greift es gar keine an? Puh! Doch! Und ich habe keine Distanzwaffe, das ist super Oh, da ist ein Sniper! Scheiße! Den habe ich nicht Ich wäre ja durchgekommen, wenn ich den Sniper gekillt hätte Ach, wie dumm Da vorne ist das Ziel schon, ne? James, der Sniper ist vorbei Wenn wir da vorne ankommen Ja, gut, okay Ich habe jetzt eine Schusswaffe auf jeden Fall mal mitgenommen Oh, ich helfe den Sniper Die nehme ich doch mal mit Ja, sehr gut Ich habe den Sniper vergessen Auf jeden Fall geradeaus durch An dem Punkt ist der Gegner Den müssen wir killen Den, den, den Sniper Okay Ich bin ja schon fast durchgekommen, ey So ne Kacke Direkt geradeaus war ein Sniper Sehe ich den aber auch gar nicht Ab ihn Sehr gut Und das ohne Ich bin tot, weil von rechts an die Luft gab ich den Nein Ich bin nicht am Ziel Da kam gar nicht die Vorschau Ja, ich weiß, weil ich ins Ziel gelaufen bin Ich habe den Sniper benutzt als Energieversorgung für die Stadt Ich habe den Sniper benutzt als Energieversorgung für die Stadt Der Sniper ist so viel zu erzeugen, wie es sich verabschiedet und sich aus der hohen Charities-Präder Ich habe den Sniper benutzt als Energieversorgung für die Stadt Ich habe den Sniper verabschiedet Ich habe den Sniper 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 verabschiedet Ich weiß, dass sie ihr verabschiedet Ich weiß, dass sie ihr nicht überprüft Untertitelung des ZDF, 2020